Hallo zusammen, mich hier ist wieder Deutscher Lounge, ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder ein paar Party-Sync-Kisten öffnen. Und dazu habe ich schon fleißig im Party-Sync-Modus gequestet gehabt, hier mit 1, 2 Chars. Und ja, einige Kisten rausgezogen. Das ist jetzt quasi die Ausbeute von zwei kompletten Gebieten, die ich mit dem Char hier durchgequestet hatte. Und ich würde sagen, wir schauen mal rein, was ich so drin habe. Beziehungsweise vielleicht als erstes mal, was ich noch brauche. Ich brauche bei dem Magier noch alle 11 Items. Das Ding ist, ich hatte jetzt nicht so schnell hier hin und her geswitcht. Ich hätte jetzt eigentlich fast die ganze Zeit auf Frost. Mal gucken, wie es mit den Waffen aussieht und was wir so rausziehen. Wir machen jetzt einmal 20 auf. Ich habe ein bisschen mehr als 20 schon mal fürs nächste Mal vorgefarmt. Und ja, würde sagen, gucken wir mal rein. Erste Kiste ist natürlich ein Trinket, das keinen T-Mock bringt. Ein Ring. Die Füße. Nice, da haben wir schon mal das Erste. Dann haben wir den Kopf. Okay, das ist schon mal gut. Noch ein Trinket. Dann haben wir den Stab. Das ist der Froststab. Okay, das dachte ich mir schon, dass ich den relativ schnell kriege. Natürlich kriege ich den nochmal. Und nochmal. Ach komm, Blizzard. Ernsthaft? Viermal hintereinander. Ein Trinket. Hals. Die Robe. Okay, das ist gut. Nochmal ein Trinket. Nochmal ein Trinket. Ach komm, gib mir doch hier. Was brauchen wir? Gürtel, Hände, Beine, Schultern. Wäre schick Handgelenke. Vielleicht noch irgendeins von den Waffen. Aber da weiß ich jetzt halt nicht. Ich habe vorher auf Arkan noch für ein paar Quests gehabt. Zweimal der Ding. Nochmal der Stab. Ah, warte mal. Das ist der Arkan-Stab. Sehr schön. Dann ist es quasi... Muss ich jetzt auf jeden Fall auf Feuer lassen. Habe ich schon eingestellt. Noch ein Hals. Nochmal der Arkan-Stab. Und nochmal der Frost-Stab. Okay, schade, schade, schade. Heißt, da sind jetzt noch einige Items drin, die ich brauche. Da werden wir bestimmt nochmal ein paar Kisten sammeln müssen. Aber so die Hälfte haben wir fast rausbekommen. Das ist ja schon mal was. Jetzt können wir das Ganze mal wegverkaufen. Ist jetzt halt oft der Stab drin gewesen. Aber das ist ja bei den anderen Rüstungsklassen beziehungsweise bei den anderen Klassen auch der Fall gewesen, dass da die Waffen irgendwie überproportional gut droppen. Gut, den Shark kann ich jetzt hier auch wegporten. Da haben wir einmal fertig gequestet. Und ja, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr bei wart. Und sobald ich wieder genug Kisten zusammen habe, melde ich mich wieder. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.